Diese hier angebotene 2-Zimmer-Wohnung ist ab Februar 2014 zur Zwischenmiete frei. Die Wohnung befindet sich in Düsseldorf-Düsseltal. Das Objekt hat einen Personenaufzug. Das Objekt verfügt über einen Parkplatz. Das Objekt wird über eine Etagenheizung beheizt. Die Wohnfläche der nublierten Wohnung liegt bei ca. 110 m2. Die monatliche Pauschalmiete beträgt 1.900 Euro. Für weitere Informationen stehen wir Ihnen unter eingeblendetem Kontakt gern zur Verfügung. 1-9. 2-Zimmer-Wohnung 2-5. 4-5.